Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben den Anhänger jetzt am X dran. Das erste Mal Anhängerbetrieb seit der Tiefverlegung. Und befinden uns hier in der Blechgarage mit hohem Besuch. Mein Freund. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du hier bist. Daniel ist wieder am Start. Was könnte das heißen? Entweder ich habe wieder einen Käfer gekauft oder der T2-Bus geht jetzt voran. Und das zweite ist der Fall. Wir machen jetzt die nächsten zwei Wochen komplett am T2-Bus weiter. Plan ist, das Ding irgendwie auf die Straße bzw. auf die Räder erstmal zu bringen. Das kriegen wir hin. Wir haben jetzt hier erstmal noch ein bisschen Arbeit. Denn da hinter den ganzen Reifen und so, da hinten in dieser Blechgarage liegen alle Teile, die dabei waren beim Bus. Die müssen wir jetzt einmal abholen. Hier in den Anhängerladen, damit wir uns mal ein Bilde machen, was wir alles haben. Vieles habe ich auch schon bestellt. Und dann schauen wir, was noch fehlt. Bestellen das nach. Und wir werden die nächsten Wochen, wie gesagt, ranklotzen. Jetzt erstmal hier ein bisschen freiräumen. Deck mal auf unseren Schatz. Seid ihr bereit? Ne, ich bin sowas von bereit. Das ist alles, was wir haben. Oh scheiße, ich dürfte das mit besser sein. Das üben wir nochmal. Da hängt es am Motor. Warte mal, ich helfe dir schnell. Also, das sind alle Bus-Teile, die wir besitzen aktuell. Das war alles im Bus drin gelegen. Ich habe es einfach mal hier ausgeladen. Ihr erinnert euch vielleicht ans erste Bus-Video. Da kam das ganze Zeug hier rein. Einfach, dass es nicht im Weg ist. Jetzt ist der Moment gekommen, wo wir das alles in die Halle mitnehmen müssen. Bus steht auch schon parat. Und dann machen wir erstmal Bestandsaufnahme für eine kleine Liste. Ich sehe schon ein Getriebe. Ja, mit dem Motor weiß ich nicht, wie wir anfangen können. Aha. Und, ist der Schlüssel drin? Ne, fehlt auch sein Schlüssel. Das war noch sowas. Gestern Abend, Daniel ist gestern angekommen, haben wir schon gegrübelt, ob wir überhaupt einen Schlüssel haben. Wir wollen das Ding ja irgendwann mal auch aus der Halle fahren. Sieht jetzt erstmal nicht so aus. Aber Längsstange, Längsstange ist da. Ja, auf jeden. Geil, Lenkrad sogar. Ja, ich würde sagen, eins nach dem anderen. Erstmal alle sind Anhänger und dann in der Halle ausbreiten und genau gucken, was wir haben. Fast wie Weihnachten. Alles ausgeladen. Jetzt ist der nächste Schritt, die ganzen Kisten mal zu leeren. Detailliert anschauen, was für Kleinteile haben wir. Was ist brauchbar, was nicht. Und ich würde sagen, das ist jetzt der nächste Schritt. Kurzes Update. So sieht das jetzt aus. Alles mal ausgebreitet. Wir haben viel, aber leider natürlich noch nicht alles. Wir haben eine ganze A4-Seite jetzt aufgeschrieben, die wir jetzt noch bestellen müssen. Ihr wisst ja, auch bei diesem Projekt Heckkraftmotors wird uns hier wieder helfen. Super geiles Service. Wir schicken gleich alles durch. Und er denkt natürlich auch mit und kann es noch sagen, was uns eventuell fehlt, um diesen Bus irgendwie komplett zusammenzubauen. Daniel, eine Sache fehlt uns noch, die können wir nicht neu kaufen. Das ist eine Hinterachse, ne? So, mehr oder weniger. Wir bauen ja vorne quasi jetzt auf T2B-Scheibenbremse um, damit man sich halt das sparen kann. 5x112er Umbau, dann hat man ein bisschen mehr Optionen, was Felgen angeht und so. Und dafür brauchen wir natürlich hinten dann auch die anderen Trommeln und die kompletten Achsstummel hier sind anders. Das ist ja der alte Lochkreis 5x205. Man kann hier leider nicht einfach nur die Trommel umstecken und die 5x112er Trommel fahren, sondern man braucht hier das komplette Ankerblech, dieses komplette Achsstummel-Teil hier. Ja, deswegen haben wir eine komplette Hinterachse gefunden. Das ist ganz gut, weil die Drehstäbe fehlen uns auch. Die sind irgendwie nicht dabei gewesen. Dann haben wir das auch dabei und ja. Ja, und vor allem ist das nicht nur irgendwie so ein kleines Ding, sondern der hat aus dem Bus das einfach rausgeschnitten mit Bodenblech und Rahmen. Das heißt, wir holen jetzt quasi eine komplette Hinterachse mit Rahmen und Bodenblech ab. Wir haben einen Anhänger, nur einen kleinen, also nicht meinen großen Autotransporter. Den habe ich gerade ausgeliehen an einem Kollegen. Ich hoffe, das passt rein und das ist jetzt ungefähr 40 Minuten Fahrt. Fahren wir los und holen diese T2B Hinterachse ab. Wir sind schon unterwegs, sind angekommen in Pfullendorf. Das ist hier so knapp eine Dreiviertelstunde weg von meiner Halle. Hier liegt die Hinterachse. Wir warten jetzt noch ein paar Minuten. Wir haben uns um 15 Uhr verabredet. Die Zeit nutzen wir hier für einen kleinen Snack, den wir uns noch gönnen. Und dann schauen wir zu dem Kollegen, der die Hinterachse verkauft. Wir haben die Hoffnung, dass der noch mehr Teile liegen hat. Auf den Bildern haben wir im Hintergrund so ein paar zerschnittene Busse gesehen. Wir brauchen nämlich noch das eine oder andere Teil, wo es nicht mehr neu gibt. Und das wäre natürlich schön, wenn ihr uns da weiterhelfen könntet. Wir halten euch auf dem Laufenden, essen die Pommes auf und fahren dann weiter zu dem Verkäufer. Yeah! Okay, wir haben noch ein paar Versuche. Ja, ich mach nochmal, ich mach nochmal. Komm wieder rein hier, ey. Wir schneiden einfach so, als ob das der erste war. Auf jeden Fall. Ach komm, ich hab keinen Pack mehr. Komm. Aber mach noch einmal, mach noch einmal. Oh, reingedankt, Alter! Oh, Alter! Wir sind angekommen, mitten im Wohngebiet. Und was steht hier? Diverse zerschnittene T2-Busse. Und ich sehe auch schon unsere Hinterachse, glaube ich. Wenn das die ist. Wir gehen mal rein. Ich lasse die Kamera schnell im Auto, regeln das alles. Und melde uns gleich wieder. Daumen drücken, dass wir gerade ein paar Teile finden. Wir sind wieder zurück und waren sehr erfolgreich. Wir waren tatsächlich jetzt etwas länger dort. Denn es war eine nette Dame. Und die hatte nicht nur einen Bus, den sie zerschnitten hatte. Es waren mindestens... Wie viele waren es? 15. 15 bis 20 Busse haben die da zerschnitten. Also keine Ahnung, was sie da vorhaben. Aber für uns war das gut, denn wir haben uns die besten Teile raussuchen können. Unter anderem jetzt die Hinterachse. Wir konnten nur die Teile mitten, die wir brauchen. Das heißt, diese ganze rausgeschnittene Achse, die wir natürlich nicht rausgeschnitten haben, brauchen wir gar nicht. Wir haben jetzt nur diese Aufnahmen mitgenommen, welche wir brauchen. Das sind quasi diese Gussteile hier und die Trommel in 5x112. Hier seht ihr Original. 5x205 bringt uns nichts. Das hier alles können wir vom T2A übernehmen. Wir brauchen eigentlich wirklich nur dieses Ding. Deswegen bin ich froh, dass wir das Einzelne mitnehmen konnten. Wir haben noch einen Wischermotor mitnehmen können, denn der hat auch gefehlt. Ich habe auch vorher bei der Bestandsaufnahme gemerkt. Und was haben wir noch mitgenommen? Ein Gaspedal. Ein Gaspedal, genau. Ein Gaspedal. Hatten wir auch noch nicht. Sehr schön. Super praktisch. Den Rest haben wir jetzt teilweise schon hier als Neuteile. Eben HKM hat uns schon das erste Paket geschickt. Haben wir auf dem Rückweg abgeholt. Da schauen wir mal kurz rein. Den Rest bestellen wir heute Abend. Das haben wir jetzt noch mal in der Liste gemacht, wie gesagt. Und dann sollten wir alles da haben, um heute beziehungsweise morgen und die nächsten Tage hier richtig rein zu klotzen. Wir fangen an heute mit Bremsleitung einbauen. Geil. Einmal alles neu gekauft hier natürlich. Muss noch gebogen werden, ne? Ja. Wie machst du das mit der Hand einfach? Klar. Vorsichtiger Daumen, ey. Magic Hands. Alles klar. Mit den nicht vorhandenen Muskeln, ey. Muss man vielleicht dazu sagen, Daniel wurde vorher gedisst von der Verkäuferin. Er hat diese Achse da getragen wie ein Mädchen. Ey, überhaupt nicht wie ein Mädchen. Denn ich würde sagen, ich hätte einfach die schwerere. Bei mir war halt noch eine Antriebswelle dran. Du hast dir halt das einfache Ding ausgesucht. Red dich raus. Sie war der Meinung, dass ich zwar ein Spargel bin, aber mehr Kraft habe wie er. Und ich denke, sie hat ein gutes Menschenkenntnisvermögen. Deswegen denke ich, das stimmt. Ich werde, während du die Bremsleitung verbaust, werde ich hier die Tragarme und diese Kollegen hier einmal strahlen, dass die wieder schön sauber sind. Kommen natürlich überall neue Lager rein. Auch hier, das machen wir einmal alles neu. Aber davor muss ich die einmal sauber machen. Dann pressen wir das neu ein, kleben die ab und dann werden die lackiert. Das hier sind die Tragarme von der Vorderachse. Vier Stück haben wir von denen. Die will ich, wie gesagt, schön machen. Und hier von der Hinterachse die Schräglenker. Das schauen wir uns das letzte Mal so eklig an. Die werden jetzt gleich blank. Und hier Gracias. Was ist das Ne seemяться? Ja, Herr Hop? Das war was mir ganz wichtig. So, ich bin fleißig am Strahlen. Kurzes Update zu den Bremsleitungen. Chris. Oh, sorry. Daniel. Mein Ersatz, Chris. Daniel hat hier schon angefangen. Die Leitungen sind schon dran. Auch schon die Schläuche. Guck mal einmal vor hier. Richtig schick. Alles so geil. Er hat auch immer alles neu. Sollen wir den dann irgendwie einschmieren nachher noch oder so? Oder mal so ein Wachs? Können wir mal ein bisschen Wachs drüber machen, wo wir eh schon haben. Und hier endet es dann. Da vorne wird dann noch, wenn die Achse drin ist, gekürzt und gebogen, sodass das passt. Bevor ich jetzt weiter strahle, wollten wir uns den Tank anschauen. Der sieht von außen sehr gut aus, aber der rieselt ein bisschen. Deswegen schauen wir da jetzt mal rein, wie der von innen aussieht. Ich hoffe natürlich nur Gutes, Ahne aber Böses. Oh, da müssen wir... Ich hole mal dann schauen. Guck mal Werkzeug. Ich nehme die Lampe. Oh Mann ey. Oh Mann. Okay. Kommt er, wa? Ja, kommt. Bannung! Achso, ja. Jo. Achso, ja. Ich guck mal rein hier. Guck mal rein. Ach du Scheiße. Ich will auch mal reingucken hier. Ach du Scheiße. Alter. Was ist das? Alter Kraftstoff. Aber kein Roste? Das ist das Roste oder ist das... Das ist altes Benzin, was quasi so scheiße wird. Das war in meinem Bustank genauso, ey. Fuck. Ich hab's nicht gleich sauber gemacht, dann durfte ich nochmal alles ausbauen. Ja, das müssen wir uns jetzt angucken, wie wir das am besten machen. Betonmischer wäre jetzt gar, wenn wir mal hätten, ne? Schön dranhängen und einmal drehen mit Zeug drin. Aber wir finden eine Lösung. Tank muss einmal sauber gemacht werden von innen. Von außen sieht eigentlich ganz schick aus, wird aber nur lackiert am Schluss. Ist noch okay. Vielleicht, ja. Das hier ist quasi unsere Tankanzeige. Da drin ist so ein Schwimmer wahrscheinlich, gehe ich mal von Haus. Und der bewegt sich dann, je nachdem wie viel Sprit drin ist. Der ist hoffentlich noch ganz. Sparen wir uns die Euro wenigstens. Ja, der tut's. Sehr schön. Also, noch eine Aufgabe mehr. Tank innen rosten. Werden wir nicht heute machen, aber ist mit auf der Liste. Darf ich das an? Alles gestrahlt, alles fertig. So wie das aussehen muss, können wir jetzt lackieren, beziehungsweise die neuen Lager. Buchsen einpressen. Hier, die Hinterachse wird auch schon zerlegt. In der altbekannten Art von alten Teilen. Geht halt nicht anders, ist alles fest. Daumen drücken. Schneid mal ab jetzt. Schneid ab. Schneid ab, das Ding. War das was? Ich glaube, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen entweder nachschleifen oder meißeln. Oh, ja. Das hast du aber schön plan gemacht hier. Ich hol dir den Meißel. Da kam ich nicht dran. Ja, nee, ist gut, weil das Teil brauchen wir, da durften wir nicht drankommen. Ist schon okay. Stimmt gar nicht, das brauchen wir gar nicht. Digga, warum hast du dann aufgepasst? Ich schneide das auseinander. So, Renaten, das Teil brauchen wir, das brauchen wir nicht. Stimmt. Ja, ist mir jetzt aber auch zu spät aufgefallen. Ja, klopfen wir mal raus, komm. Scheiß drauf, das geht schon. Das ist die letzte. Alle anderen sind aufgegangen. Liegt alles schon hier parat, ihr seht das. Unglaublich. Da ist das Ding. Jetzt müssen wir hier noch einen Trennschnitt machen. Ja, hat uns ein schweres Leben gemacht, das Kackteil hier. Aber alles zerlegt. Unsere alten Antriebswellen haben auch schon bessere Zeiten gesehen. Wir wollen ja einmal alles neu machen bei diesem Bus. Bis auf den Lack natürlich. Und deswegen machen wir jetzt hier auch mal die Manschetten auf jeden Fall neu. Wir werden das hier drin alles schön sauber machen. Neu fetten. Aber ich glaube, da wisst ihr ja Bescheid. Ich habe jetzt gehofft, das Fett spritzt so in dein Gesicht rein. In die Linse, ey. Für den Zuschauer. So, das ist Müll. Das kommt neu. Ja, das wird jetzt einmal schick gemacht. Denn so wird das bestimmt nicht in meinem wunderschönen Bus gebaut. Und noch wenige Minuten später sieht die Antriebswelle aus wie neu. Muss natürlich noch lackiert werden. Neue Achsmanschetten, alles wieder drauf. Neu gefettet. Aber der erste Schritt ist mal gemacht. Das liege ich jetzt hier zu den ganzen gestrahlten Teilen. Denn die werden dann morgen alle auf einmal schön gemacht. Beziehungsweise mit neuen Lagern und so versehen. Dann kommt der Lack drauf. Und dann passt das. Was hast du da für ein Fernrohr hier gebaut? So ein Blasrohr. Ich guck mich um, ey. Ah, die Schaltstange war ein bisschen verbogen. Ich bin gerade dabei und richte sie ein bisschen. Guck mal. Ja, zeig mal her. Siehst du es? Oh ja, man sieht es halt echt. Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Ja, ist schon deutlich besser geworden. Die war schon viel krummer. Will ich jetzt auch sagen. Es ist schon mega wild, so zu arbeiten. Hier steht der Bus. Da sind alle Teile. Wir nehmen uns ein Ding, machen es schön bei uns ein. Nehmen uns das nächste, machen es schön und bauen es ein. Das ist wirklich eine ganz andere Nummer mal. Wir haben uns extra hier den ganzen Platz aufgespart für die nächsten zwei Wochen. Also das wird auf jeden Fall sehr, sehr gut vorangehen. Wir sehen uns morgen auch gleich wieder. Da geht es nämlich noch weiter hier mit einem wichtigen Punkt, der auf jeden Fall uns einen großen Schritt weiterbringen wird. Dafür bekommen wir sogar Besuch. Professionelle Hilfe. Das seht ihr gleich. Nächster Morgen. Wir sind schon wieder unterwegs. In die Halle. Wir kriegen heute Besuch, hatte ich gesagt. Kommt jemand vorbei, der uns hilft, den Kabelbaum einzuziehen. Das heißt, wir bekommen einen komplett neuen Kabelbaum in den T2. Der alte war einfach mega porös. Vielleicht hat er ihn sogar dabei. Der alte Kabelbaum wurde ihm bereits vor dem Schweißen übergeben. Der wurde ja ausgebaut, dass Andi Staller da schön schweißen kann. Und da war uns klar, der ist so porös. Mal gucken. Vielleicht hat er ihn dabei. Den neuen hoffentlich auch. Und den ziehen wir heute noch ein. Dann haben wir schon mal die Elektrik fast komplett geregelt. So, angekommen. Drei Grad. Richtig kalt. Aber kein Problem. Wir machen trotzdem weiter. Hier haben wir jetzt meinen alten Kabelbaum liegen. Der war ja im Bus drin. Aber ihr wisst ja, der Bus stand lange in Texas in der Wüste. Da ist nicht mehr wirklich viel zu gebrauchen. Ich hätte keinen Bock auf dem Kabelbrand oder so. Deswegen haben wir uns entschieden, einen komplett neuen Kabelbaum einbauen zu lassen. Liegt jetzt hier auch schon alles parat. Bin froh, dass wir Hilfe haben. Denn ich würde da jetzt nicht wirklich durchblicken. Ich meine, schaut euch das mal an. Das ist auf jeden Fall etwas, wo ich jetzt gerne den Profis überlasse. Deswegen kommt dieser neue Kabelbaum jetzt in den Bus. Den alten brauchen wir nicht mehr. Los geht's. So, einige Stunden später. Der Kabelbaum ist jetzt schon drin. Wir haben den Kollegen hier arbeiten lassen ohne Kamera. Weil mag ja nicht jeder so gerne vor der Kamera stehen wie manch andere hier auf dem Channel. Wir gucken uns mal ganz kurz an, was passiert ist. Komm mal mit. Das ist wirklich sehr, sehr geil, weil wir jetzt einen großen Schritt weiter sind. Fall nicht hin, Daniel. Also, hier drinnen. Komm mal hier durch. Ich guck hier. Okay, okay. Ich guck hier. Also, hier ist jetzt unser Sicherungskasten. Sieht noch echt wild aus. Aber er hat uns den Schaltplan dagelassen. Das heißt, wenn wir dann gleich alles anschließen. Mit gleich meine ich in den nächsten Tagen. Dann wissen wir hoffentlich, was wohin gehört. Das ist das, was ihr seht. Was ihr nicht seht, ist, durch den ganzen Bus gehen jetzt die Kabel bis hinter zum Motor. Bis hin zu den Lampen. Hier dann in der Decke drin und so. Das ist alles geregelt. Das heißt, wir haben jedes Kabel in diesem Bus jetzt einmal neu. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben A, keine Probleme, dass irgendwas nicht funktioniert, weil findet man das Kabel dann am Schluss. Und wir haben nicht das Risiko, dass uns irgendwie die Karre abfackelt wegen einem alten Kabel aus der Wüste. Ihr wisst ja Bescheid. Das haben wir jetzt geregelt. Was steht als nächstes an? Dafür gucken wir kurz raus. Ich gehe mal hier durch unser Labyrinth. Hier haben wir jetzt die ganzen gestrahlten Sachen liegen. Ihr habt es gesehen. Die Strahlmaschine war mein bester Freund die letzten Tage. Wir haben alles regeln können. Das wird jetzt neu eingepresst, lackiert, schick gemacht, dann zusammengebaut und dann in den Wagen gehauen. Das seht ihr in den nächsten Videos. Das ist jetzt hier so ein kleiner Montagsvlog mal wieder für euch gewesen. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Falls ihr auch so eine Strahlkabine braucht, ich sage euch eins, ohne das hier wäre das nicht möglich gewesen. 10% bei RP Tools. Ihr wisst Bescheid. LB Army 10 auf das komplette Sortiment für euch. Und ansonsten, wenn ich das so sehe, wir haben noch einiges zu tun, Daniel. Wir halten uns ran. Wir werden fleißig Videos produzieren. Wie gesagt, wir sind zwei Wochen am Stück jetzt hier beim Bus dran. Wenn alles gut läuft, dann wird dieser ganze Haufen hier nach diesen zwei Wochen in dem Wagen sein. Vielleicht fahren wir eine kleine Runde auf dem Hof. Daumen drücken, dranbleiben. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut und ciao. Bis zum nächsten Mal.